Immer noch diese Szene. Schöne Flanke jetzt. Nichts drin. Klasse vom Torwart. Was macht er draus? Da ist die Hereingabe. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Ball an den langen Pfosten. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Der Ball kommt doch richtig gut rein. Lissandro. Was für eine Parade. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Macht sich ganz lang. Riesenakt. Macht er gut. Hereingabe in die Mitte. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Lissandro López. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Ganz energisch. Was macht er draus? Und die Chance. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Macht er gut. Lissandro. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Und jetzt wird es ebenso klasse für die Zuschauer. Das ist eine richtig interessante Partie. Das ist natürlich klasse.